Schubert ist da! Wir sind bei Schubert. Hallo und danke, dass ihr gekommen seid. Ja, danke für die Einladung. Ja, das haben wir gerne gemacht. Vielen Dank, Schubert. Ja, schon ein paar Jahre. Ungefähr? Ungefähr 1803 oder... Ich glaube, 80-Jähriges hatten wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ja. Also schon sehr lange. Also über 100 Jahre, ja. Aber war nicht immer nur Helme, war da vorne auch andere Kisten. Also ich glaube, sowas mit Bierkisten oder irgendwas Verrücktes, aber ja. Aber mittlerweile Helme. Eigentlich Helme. Aber Schubert, man kennt Schubert durch Helme. Nur nach Helme, ja. Motorradhelm, Racing, Michael Schumacher. Wir haben Polizei und Militär angekündigt. Wir hätten mal einen Skihelm machen müssen. Ich glaube, da haben sie sich mal dran versucht, aber irgendwas scheitert. Also ich habe im Lager mal Schubert gesehen. Fahrradhelm, das hat sich nie gelohnt, aber Skihelm haben sie, glaube ich, noch versucht, ja. Das ist doch eine Frage. Warum? Das ist wichtig. Wenn du das jetzt hochnimmst, dann explodiert der. Dann lassen wir drauf. Dann lassen wir drauf. Okay. Gute, neue, neue, moderne Pickelhaube also. Mit Rail System. Genau. Wir haben versucht, das alte mit dem neuen zu verbinden. Farblich noch nicht ganz abgestimmt. Nein, keine Ahnung, der ist hier heute Morgen einfach gelandet. Da kennt jemanden, der jemanden kennt. Und ja. Da auch jemanden kennt. Und ja. Und auch jemanden kennt. Aber es war der Hingucker heute, ja. Gut. Dann danke. Hat doch gut funktioniert. Ich wünsche mal, dass wir weitere 30 Jahre vielleicht noch zusammenarbeiten. Sehr gerne. Ich wünsche noch alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend noch auf der Party. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis dann. Vielen Dank.